Ein Auge am Ball, mein ich. Schweben wie ein Schmetterling, stecken die eine Biene. Eine Biene. Lachen. Lachen. Steig zurück! Komm hier so. Komm hier. Da. Du hast die Golfarm. Ich habe gerade gesehen. vor allem ist da hinten ein weg da ist ja genau der müsste irgendwo bei dem weg liegen ja den hätte voller schlagen also ich sehe den brauchst du nur den golfarm der golfarm ist wichtig da muss ja irgendwo liegen flo also sonst auch nur direkt hinter dem weg irgendwo eher noch ja 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 Nein! Ich denke wir sollten 7 auf dem Papier schreiben. Ich habe es geschafft! Okay, 2. Chance! Ich habe ihn nicht mal weit drauf gemacht. Ist mir egal. Du wolltest gerade mit dem Schläger einlaufen. Oh, ich bin so nervös! Be careful, Perry! Perry, watch out! Was heißt Schläger? The Bat. Flying Bat. Okay. Das könnte eine 2 werden. Nein, das wird 2. Der rollt eh rein. Das könnte eine 2 werden. Nein, das ist ein 1. Nein, das zählt nicht. Wenn ein Schläger so schmeißt, das ist auf jeden Fall eine 2. Mit dem Schläger einlaufen. Okay, 2.